John Wick, Exkommunikation, tritt jetzt in Kraft. Helfen Sie mir bei der Einstimmung auf unseren neuen Gast. Lassen Sie uns beginnen. Stehen mir eure Dienstleistungen immer noch nicht zur Verfügung? Was brauchst du? Waffen. Und zwar viele Waffen. Sie glauben, Sie können es mit John Wick aufnehmen? Sie werden eine böse Überraschung erleben. Ich wollte Sie schon lange kennenlernen. Schon sehr lange. Halt an! Und bis jetzt haben Sie mich nicht enttäuscht. Wir können dieses Spiel noch ewig fortsetzen. Aber wir wissen alle, wie es ausgeht. Und all das geschieht warum? Wegen eines Hundes? Es war nicht nur ein Hund für mich. Hey, hey, boh, boh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017